Wie gesagt, diese Brügge. Wir wollen ja Brügge, ne? Nach Brügge. Brügge wäre auch mal ein interessanter Ort. Aber meine Abschlussfahrt geht ja wahrscheinlich eher nach Rom oder Malta. Da beraten wir uns gerade in der Klasse noch drüber. Mir wäre ja Malta lieber, wegen der ganzen Ritter und so. Kreuzritter und so. Aber Rom ist jetzt denke ich auch mal nicht schlecht. Ja, ich mache einen Abschlussfahrt bald. Ich mache ja auch bald Abschluss. Also bald Abi. So in eineinhalb Jahren. Ich bin jetzt gerade in der elften Klasse. Bei uns hier im Norden 11. Das ist also das erste Jahr der Oberstufe. Das wären in anderen Bundesländern und wäre das im Prinzip die zwölfte. Ich denke, ihr wisst eh alle, woher ich komme, oder? Oder könnt ihr es wenigstens raten. So, äh. Boah. Ich hoffe, das ist hoch genug da drüben. Ansonsten muss ich nämlich mal gucken. Äh. Ich mache ein bisschen auf hier runter. Ich werde ihn natürlich noch schöner machen. Ganz ruhig. Ich meine, das ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Wie man so schön sagt. Ach ja. Ich weiß, das ist jetzt für euch richtig spannend. Vor allem sieht es ja so toll aus hier. Alles schon richtig klasse. Und dann dieser Kommentator. Erste Sahne. Sagt ja nie nur Stuss. ist ja immer total lebendig und zeigt Freude an diesen Projekten. Ne. Das wissen wir ja alle. Ich glaube, ich baue etwas falsch. Aber ja. Ja, und er hat natürlich Ahnung vom Bauen. Er ist der Baumeister schlechthin. Kann man Steinzäune bauen irgendwie? Das wäre echt nützlich gerade. Ansonsten baue ich mich irgendwie einfach einen Rand hier. Aber nicht aus Treppen. Wenn man den sich aus Treppen baut, ist man dumm. Dann läuft man nämlich einfach rüber und das will ich hier gerade nicht. Oha. Erster Stapel ist aus. Wir machen weiter. Ich muss nochmal gucken, dass ich mir da unten Erdgerüste oder so zusammenbaue. Eigentlich müsste ich ja im Creative Mode bauen, ne. Damit ich fliegen kann. Für sowas ist es immer angenehmer. Aber naja. Egal. Egal. Ja, von der Höhe stimmt das ganz gut eigentlich. Die Brücke über den Abgrund. Abgrund ist es nicht wirklich. Die Gruppe über die kennen wir ja alle. Meine Sprachqualitäten sind genial. So, die Brücke ist komplett. Jetzt würde ich hier natürlich dann machen wir es mal so erstmal. Da bräuchte ich richtig Treppen hin. So. Bauen wir hier eine Seite zu, weil wir sonst da runterfallen. Und hierfür Zäune zu bauen ist dafür würden mir zufülle Bäume draufgehen irgendwie. Sie passt ja auch irgendwie nicht auf eine Steinbrücke mit Holz zu sein. Auch wenn ich schon irgendwie cooler wäre. Natürlich. Wie gern. Ja. Hurra. So, das heißt hier ginge dann gerade mal gucken. Nämlich. Weil es sieht mir aus wie so ein Aquadruck gerade. Dass ich das hier mit Pfeilern abstütze. Ja, ich hoffe, das überlebe ich. Ansonsten schlage ich hier gleich in der blutigen Quilze auf dem Boden auf. Äh, hopp. Ich habe jetzt natürlich auch kein Werkzeug bekommen. So, das muss reichen. Ich weiß nicht, jetzt die Architekten unter euch werden mir jetzt sagen, die Brücke, Junge, die hält im echten Leben ja nicht. Was du da baust, ist vollkommen scheiße. Äh, ja, dann tut mir das leid. Ist das sogar meins. Was soll hier eigentlich funktionieren? Weg. Ähm. Eins, zwei, drei, war das das? Ja. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, das war so. 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 Hopp, ja, das sieht auch eigentlich ganz akzeptabel aus. Bis jetzt. Wir müssen da ja eh nochmal rüber, Star zu bauen. damit das mit der Statik auch besser passt. ähm, so, so. Jetzt fällt hier wenigstens keiner runter erstmal. Den noch weg. Und, äh, den hier. Den hier und den hier. So, so, so. und dann nehmen wir noch den da weg und dann haben wir den müssen wir eigentlich auch wegnehmen. So, perfekt. So, wir bauen jetzt auf der anderen Seite fertig und dann haben wir die Brücke und jetzt können wir hier dann auch anfangen zu bauen. Also, was ich mir vorgestellt hatte, kann ich jetzt mal, der Berg ist ja cool. Da müsste ich ja auch noch eine Brücke rüber bauen irgendwie. Irgendwann muss ich den mal erklären. das ist unser Mount Everest. Ist, glaube ich, nicht höher als da oben. Ich muss mal gucken. Das ist ein Größenvergleich. Äh, Höhenvergleich meine ich. Komm ich da hoch? Ja, komm ich. Aber ich möchte ja jetzt eigentlich gar nicht. Hurra. Ich hab's überlebt. Verdammt. Haha. Ja, doch. Ich glaube, der drüben ist genauso hoch. Aber hier können wir dann unser Hauptgebäude bauen. Hier kommt unsere Burrchen. Das passt doch perfekt zu unser Palace. So, jetzt noch die zweite Seite Brücke müssen wir fertig kriegen. Okay, sonst ist das ein gescheitertes Video. Und das Gestein, was ich übrig hab, benutze ich dann halt noch, um den Palace anzufangen. Aber gut. Äh, pom pom pom. pom pom pom. Wir werden gleich runterfallen. Ich wette, ich wette, ich wette nicht mit euch. Nicht. Was ist das noch wirklich ein? Oh, mein Herz. Normalerweise würde ich mir jetzt wahrscheinlich die Hose machen in der echten Welt. Bei der Höhe. Und vor allem, wenn ich den abgrund da sehe und jetzt irgendwelche Bauprojekte auszuführen, ist nicht wirklich, äh, wie viel hab ich? Vier runter. Eins, Zwei. Drei. Vier. Ja, tatsächlich. Mann. Und es waren vielen die Länge. Oder, ach, Quatsch. Ähm, ich brauch das Erde. Die Erde brauch ich jetzt mal. Einfach, wenn ich ein vernünftiges Gerüst. So, äh, eins, zwei, tatsächlich. Es sind nur so viele. Aber es passt. Ich muss jetzt gleich mal wieder Erde sammeln für die andere Seite. Kann ich mir nämlich hier einen künstlichen Aufstieg bauen. Ich weiß, ich hab gesagt, ich würde das nicht machen. Jetzt mach ich's aber einfach. So. Jetzt hab ich auch genug für die nächste, die andere Seite noch an Erde, so für meine Erdbalken. Und dann, hoffe ich mal, dass es geht. Ähm, ja, Jungs, bisschen tief. So. Jetzt kriegen wir nämlich so ein Simps. Ähm, Hap. Ach, komm, warte. Wir bauen es einfach kurz hoch. So. Eins, zwei, drei, und, äh, vier, perfekt. Ja. Ja. Hä? Ach, Mist. Aber wofür hat man die Erde, ne? Das Erde, wollte ich gerade sagen. Das kann ja irgendwo nicht angehen. So, was haltet ihr von dieser Brücke? Sieht sie nicht gut aus? Ja, sie sieht scheiße aus, ich weiß. Müssen sie mir nicht sagen. So, wir kommen jetzt wieder hoch. Starten. Hihi, es klappt sogar. So, das muss ich mal ändern. Eigentlich hier muss ich ein bisschen abgraben. Mir ist so, wo ich gerade drauf gucke, sieht ein bisschen nach Dragon Age aus. Jetzt, äh, wie hieß das? Ja, ich hab so lange kein Dragon Age mehr gespielt. Wer mir zuhört, kann ja mal fragen, ob ein Dragon Age das Play will. Ich bin gerade so unbeständig bei Displays. Einfach weil meine Lust und Laune gerade total hin und her schwenkt. Ich muss ja nebenbei auch mal was anderes machen als Let's Play. Deswegen ja auch diese ganzen Pausen. Sie sind vor alledem halt für Selbstspielen, aber auch manchmal für die Schule. Nicht, dass ich lernen würde, aber Hausaufgaben brauchen leider auch ihre Zeit. Ähm, so, die klopfe ich jetzt so weg. Ja, mit Erde kann man auf Steine hauen und irgendwann geben die Steine dann gegen die Erde nach. Das läuft immer so. Auch im echten Leben müsst ihr mal probieren. Wenn ihr so einen Berg vor euch habt, so einen Bergmassiv, einfach mal mit Erde draufhauen, so einen Klumpen Erde nehmen, das funktioniert. Perfekt. Aber das ist ja super. Dann haben wir die Brücken. Ja, super, das war jetzt richtig schlau. Ja, und dann müsst ihr aufpassen mit dem Erdklumpen. Wenn ihr nämlich einmal aufhört, dann zu schlagen, dann ist der ganze Stein wieder heil. So. Ja, das sieht doch besser aus, als ich dachte. So, von dem, was wir haben, sieht das jetzt wirklich vernünftig aus. Und jetzt können wir da drüben, auf diesem kleinen Hügel da, den Palace bauen. Und wir wollen, also ich möchte da gerne ins Gen... Ah, oh, oh nein. Ich möchte hier gerne einfach einen Netblock einsetzen. So. Und hier bauen wir dann den Palace dann perfekt. Mutter Natur gibt uns ein wunderschönes Reich. Ich möchte das Ganze, glaube ich, noch am Runden können, oder? Will ich das? Ja, im Notfall ist es immer besser. Das heißt, wir bauen so. Ja, ich baue auch das mit Bruchstein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gehört sich nicht, es gehört sich nicht. Hier muss ich mir zwei Platz lassen. Das ist jetzt nicht so eindrucksvoll bis jetzt, aber das wird noch besser. Das ist ja nur so eine Vorversion, weil eigentlich... Obwohl, nein, ich baue das aus dem gleichen Gestein wie die Brücke baue ich. Sieht am Ende nämlich gar nicht so schlecht aus dann. Wenn man hier dann hochkommt, dann kriegt man hier gleich eine Zweier-Tür rein, glaube ich. Dann muss ich halt mal gucken. So, das wäre hier das Pallas-Gebäude. Ich war ja auch wohl, das möchte ich mal. Ja, echt wie mit Skyrim auf dem Hals der Welt, so fühle ich mich gerade. So, perfekt, 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 perfekt. runternehmen wir, runternehmen wir, runternehmen wir, runternehmen, So, wir messen hier kleine Bache.